Herzlich willkommen zu einem Let's Play mit den Fallout Legends zu einem Halloween-Speziale. Wenn ihr das natürlich schaut, liebe Freunde, ist das Halloween-Special genau... Alles klar! Alles klar! Thank you so much, Alexis! Also, wir machen natürlich hier das Halloween-Special. Leider ist es dann schon vorbei, aber damit ihr noch was davon habt, von unserer verrückten Truppe, habe ich gesagt, ich nehme diesen Livestream, den ich natürlich heute ist Halloween live aufgenommen habe und für euch aufgezeichnet habe, damit ihr das ausschauen könnt, liebe Freunde. Also, gute Musik haben wir auch im Hintergrund. So wollten wir das. Und wir haben eine Atombombe werfen lassen von unserem Stabchef Hamster, würde ich gerade sagen. Und Hamsterchen hat hier mal eine auf White Springs geschmissen, müssen wir mal wissen, wie das hier aussieht. Ein Ohr-Hase, ein Ohr-Hase ist mal pinkeln. Ich wollte dir noch was. Ich muss das zweite Pad reinmachen. Ja, alles gut, Max. Also, Kaffeepause ist ganz wichtig. Was haben wir? Das Gourmets Hellstorm-Raketenwerfer und das linke Beißen-Kriff-Service. Wie viele Sterne hat das Ding? Ja, tschüss. Und da ständigen Rühren in den Ausguss. In den Ortguss, genau. Du kennst das auch, ne? Es ist einfach herrlich. Was ist mit dir los, Junge? Komm, rin. So, mal sehen. Ein Ohr-Hase. Hopp. Den nehmen wir natürlich mit. Was ist los? Was los, Harry? Ein Ohr-Hase steht da doch. Der kommt gleich. Mit, mit, mit. Da ist er, der Einohr-Hase. Ja, alles klar. Hier, wir stehen hier. Geht das hier auch in der Power-Rüstung? Ja, natürlich geht das auch in der Power-Rüstung. So, mal, trägt der Wehrwolf hier eine Zahnspange? Das, äh, was? Ja, die ranzige Katze, die eigentlich ein Wehrwolf ist, trägt eine Zahnspange. Ich sehe das hier durch. Ehrlich? Ich habe es gewusst. Ja, da kommt der Einohr-Hase. Geht das auch mit der Power-Rüstung? Ja, das geht auch mit der Power-Rüstung. Ja, tatsächlich. Oh, nee. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber die leuchtenden Augen sind super. Ja, ne? So, da bin ich wieder. Gut, Max, alles klar, supi. Gut, Max ist da. Max, 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 Atombombe geworfen. Max, Power-Rüstung an. Einohr-Hase. Max, bist du schon hier? Ja, ich... Hey, Kiano. Hallo, Kiano, nice. Ich stehe gerade bei der ranzigen Katze. Kiano, das ist Alexis hier aus dem Chat, Markus. Hamster kommt. Den kennst du aber, glaube ich, auch, ne? Den Kiano Charles-Rees. Komm mal gelesen, ja. Da kommt der Gestörte. Hamster, komm hin. Hamster, was tippst du da vorne? So, dann lass uns mal gucken, ob wir hier was finden. Also, auf geht's. Hat jemand schon den Kiano ins Team aufgenommen? Einladung? Ja, das ist schon. Perfekt. Schlapp doch. Ja. Wenn sie es hier noch hier schmückt hätten, wäre es echt eine perfekte Heldung. Ja, das hatten wir. Ich habe da Bilder reingehauen. Lexi und ich, wir haben uns da mal uns so positioniert. Ne, Lexi, weißt du das noch? Das sah schön aus, ja. Heute hast du es wieder angeschaust. Ui, das... Das Video auf dem YouTube-Kanal von Quincy habe ich mir heute erst an geschaut. Ja, ne. Ach, das muss ich mir auch noch mal reinziehen. Ne, ein Ohr, H. Die kommen dann mal nur an bestimmten Punkten raus. Ja, aber hier sind... Achso, bei der Bombe. Ja. Normalerweise sind die hier ja schon... Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir hier auch die Halloween-Clowns finden, ob sie eventuell erleuchten. Deswegen haben sie ja mal eine Atombombe raufgeschmissen. Ja, aber das sind ja Kohle und Kai. Ja, genau. Nö. Ja. Und in diesem 327. Vorlaut-Video vom Quincy sieht man nämlich, wie das Weisbringen halt vor drei Jahren aussah. Danke, Lexi. Ganz genau. Video 327. Überleg mal. 327, Lexi? Lexi, 327? Das war 2019, ja. Oh Gott. Jetzt sind wir schon bei Video 951 und weiter. Von der Kuhle sind die irgendwie nicht. Hier ist ja gar nichts mehr am Leben. Null. Naja, ja, wenigstens sieht es hier irgendwie aus. Aber das war's dann. Was machen die Reformen eigentlich bei diesen nuklearen Wiederschlägen? Die haben eine Gasmaske auf, unten oder so einen Atomschutz anzuatmen. Ach so, also wie in der Foundation, ne? Ja, ja. Genau, genau, Lexi. Genau so ist das. Hochradioaktiv in der Süßigkeit. Hey, ne mit. Prost. Lass dir schmecken. Cheers. Cheers. Merci. Hier ist gar nichts los, ne? Da ist schon jemand da. Ja, ich glaube hier ist schon jemand durchgeritten, ja. Black, Black noch was. Ja, das dauert doch. Man, wie es geht. Ja, ja. Ja, ja. Ne. Schnell hat er aufgelenkt, ja. Ach, Mann. Ja, ja, ja. Das ist wie Gelsenkirchen in den Stadt hier, ja. Alles kaputt. Keine Rache. Markus, genial. Markus, Daumen hoch von mir. Hallo, Robin. Morgen, guten Morgen. Hallo, Robin. Aber es geht ja richtig. Robin ist wieder wach. Guten Morgen, Robin. Ich hoffe, du hast ausgeschlafen, mein Bester. Oh mein Gott. Du hattest es ja angekündigt, dass du schlafen gehst. Ich ziehe die mal alle zu euch rüber hier. Ich mache jetzt hier mal den Lotsen. Mach mal den Lotsen. Bin das nicht der Hamburger Hafenlotse? Ja, der Hamburger Hafenlotse. Der Whitespring. Der Lexi, der Quatsch, der Stick da, der rennt da hinten rum da und versucht auch zu finden, aber du hast auch keine Chance, ne? Ja, für eine Kiste ist das Kroppen von Interminern weg, ne? Dann kommt mal hinterher, ihr Losen. Wir können dem Stick mal hinterher rennen hier, ne? Mit X-Taste drücken, Robin. Moin, Moin, Robin. Kommt raus, Kommt raus, wo auch immer ihr seid. Was suchst du? Ja, noch einzige Karte. Sind die Kinder alle zusammen? Gestörter Hamster. Wo, 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 wo ist Markus? Ja. Markus, ein Kind fehlt. Papa? Kind, ich habe dich gehört, wo bist du? Ich bin hier hinten. Also da, von dir aus gesehen, da vorne. Das war das Geile immer mit Harry. Ja, wo bist du denn? Ne, blind man, wo bist du denn? Hier oben. Wo? Na hier, hier oben. Okay, genau. Das Ding lässt wieder seinen Berliner hier raushängen. Der zerstört Autos hier. Ähnlich, typisch wieder nur. Lässt er wieder den Berliner raushängen. Oh mein Gott. Hey. Ja, guck mal, da sind sie ein Sieger verbrannt. Da waren sie oben in der Bude. Oh, mit einer. Klar, erst mal auf die Hütte schießen, ne? Ja, ich habe den Haken geklopft. Ich klopfte mal eben an. Hab ich nur gehört. Keiner da. Ja, mach ganz freundlich. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Knock, knock. Who's there? Guten Abend. See you. Haben wir das hier im letzten Film gemacht, wo wir, wie die Vandalen da durchgeritten sind? Das war auch cool. Das war cool, ja, wo wir gelaufen sind. Wie Heuschrecken, ne? Das können wir ruhig noch mal machen, ja. Das können wir noch mal machen, ja. Ich muss hier alle auf den Dächern rufbringen, hier. Oh mein Gott. Holen Sie ein Arzt. Stick hat überall Uranbrennstäbe in seiner Powerrüstung. Oh Gott, nein. Stick. Hat jemand eine Akkuflex dabei? Stick, sollen wir die Dinger abschneiden? Operativ entfernen. Yes. Wo laufen sie denn? Laufen sie denn hin? Der Geigerzähler zeigt an, Lauf. Oh, 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 ich sehe gerade ab und wo Lauf, ey. Weißt du was? Ich soll, ich habe die ganze Zeit nicht auf meinen Geigerzähler geguckt. Oh, mein Posten wird Zeit für eine Radarbeit. Junge, Junge, Junge. Oh, Markus, wenn du das eben nicht gesagt hättest, ne? Der wäre hier umgekippt gerade eben. Ich habe das im Geflüge gehabt. Ja, aber echt jetzt. Im Ernst. Das wäre mir aber echt dreckig gegangen jetzt. Ich sehe auf YouTube, äh, nicht, wie deine Gesundheit ist. Dann macht der die Roboter-Erben-Acker-Acker-Acker. Oh, wer schießt auf die Roboter? Ja. Wer schießt auf die Roboter? Jemand, der Freunde sucht. Ich habe gar nicht auf die Roboter geschossen. Ja, ne, man hat auf den Roboter geschossen. Wir sind noch, jetzt müsste ein, der... Kommt da jemand aus der vierter Ecke? Und es war einer. Einer ist hier noch. Vor allem die Responder, die sind ja dann auch böse, ne? Habt ihr das schon mal gesehen? Ne. Kann man die umbringen? Ne, die schießen dann zurück. Rhein, hallo Rhein. Sei gegrüßt, Rhein. Herzlich willkommen im Livestream, im Halloween-Special. Wir machen hier gerade ein bisschen verrückte Tour, wie immer. Nein, das gibt's doch nicht. Wo sind denn die Socken? Keine Clowns da. Ich weiß noch nicht warum, aber... Sind wir alle auf dem Bus, oder was? Können wir Fotos machen? Du siehst aber auch nicht gerade gesund aus, Markus, aber du kämpfst so, ne? Bleib mal oben, bleib mal oben. Also, ich bin der Kleinste... Warte, komme, 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 komme. Ich bin gerade, ich bin im Bus. Warte. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Kleinsten hier. Jawohl, dankeschön. Schickst du das in die Gruppe? Kann ich nicht. Das kannst du nicht. Warte, einmal stehenbleiben, stehenbleiben, stehenbleiben. Super, ich habe Beerementats an. Ihr leuchtet alle rot. Das ist gut. Schieb's auf die Strahlung, wenn einer fragt. Oh, mein... Jetzt sich den Rock erst, Quincy. Ja. Ja, sag ich doch. Habe ich schöne Waden. Boah, jetzt, Erik, renn doch mal wieder raus da. Jetzt wollte ich gerade so ein schönes Foto machen. Toll, total toll, Erik. Einmal auf den Bus drauf. Tee, Erik. Total toll. Äh, Ryan, danke, mir geht's gut. Vor allem, wenn ich mit meiner völlig durchgeknallten Gruppe hier unterwegs bin. Dann geht's mir immer gut. Na, Erik, wirst du es noch treffen hier? Schaut super aus im Stream. Ja. Hat sich. Na, alle auf dem Bus. Hallo, Thorsten. Ja, Max. Hast du noch ein Red Away übrig? Was habe ich? Ein Red Away. Ich habe auf jeden Fall... Na klar, wo bist du? Ich stehe zwei Plätze links neben dir. Jetzt haut er wieder ab. Warte, ich hau wieder hoch hier. Pass auf, äh. Ich nehme mich jeden Moment vor die Hunde. Warte, warte, Max. Ich schmeiß Red Away raus. Warte. Essen, Trinken, Heilmittel. Max Red Away. Max Red Away. O-P-Q-R-S. Hier, Red Away, Max. Hier. Sag, Max. Wo bist du? Ich stehe hinter Markus. Ja. Ich stehe auf Markus, äh, hinter Markus, meine ich. Und? Jetzt steht ihr beide im Paket. Thorsten, geh mal kurz einen Schritt zurück, bitte. Warte. Da war überhaupt sieben Stück dahingelegt. Warte. Mehr habe ich nicht. Hier, Markus. Äh, Quatsch. Hier. Hamster, bitte. Ein Hamster, bitte. Hamster, Hamster, dir das einen hier. Da liegen 91 Stück. Die brauchst du. Ruhe im Glied. Ruhe im Glied. Da ist schon ewig Ruhe im Glied. Welches Glied? Die Halloween Gruppe, ganz genau. Die sehen aber noch schlimmer aus. Hamster, hast du jetzt eingesammelt? Okay. Gut. Ich liebe Bier. Ja, habt ihr noch eine Idee? Ich habe meine Tomatenstaudenrüstung, könnte ich ja auch mal anziehen. Die habe ich ja auch noch. Siehst du, meine Tomatenstaudenrüstung hätte ich ja heute mal anziehen können. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Hab einer eine Idee? Boah, das sieht so genial aus. Ja, wir laufen mal durchs Kapitol, oder? Ja, los. Na los. Kapitol. Ja, gute Idee. Dann dahin. Erstmal hinbeamen, ne? Das Kapitol Building in Charleston, das meinst du, ja? Ja. So, dann alle hin. Ich gebe 10 Kronen aus, dann könnt ihr mit der Herr joinen, Freunde. Mann, das ist ja richtiger Luxus, überall hinreisen, schnell reisen, wo man will. Ja, das ist echt Luxus, Lexi, ich weiß, was du meinst, Lexi, bezogen auf was. Das ist echt aber nur in Quincy's Streams, sonst geht das leider nicht. Sonst geht das nicht ganz genau, liebe Zuschauer, das ist korrekt. Danke, Markus. Sonst gibt es nur bestimmte Spawnpunkte und dann muss man halt endlos laufen. Ja, Bethesda hat in der Hauptzentrale im Eingang ein riesiges Banner von den Fallout Legends hängen, by the way. Ist, denke ich, auch mal nicht verkehrt, wenn man alles, äh, befürchtet macht, ne? Ich hoffe, ja, das finde ich auch gut. Aber? Können wir auch mal einen Stream machen, wo wir nur laufen. Nur, das hatten wir auch mal gemacht, ja, das können wir auch machen. Na? Wo wir nicht reisen, das. Das können wir auf jeden Fall mal an einem Freitag machen, definitiv. Level 50, Monster von Grafton gesichtet. Okay. Richtung Südosten. Genau. Südosten. So ein planschen. Ja, äh, den habe ich auch geliebt, Ryan. Mein Job habe ich auch geliebt, definitiv, Ryan. Miet, 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 miet. Geräusch? Radadadada, radadadadada, radadadada. im kopf sind aber klar ist auf dem nachbar gebäude coole da oben sind wir aber irgendwie können auf dem kapitel können welche sein auf dem gebäude aber dann los nicht dahinter dann los kommt roger wandel unterwegs ja wie gesagt rein ich hätte noch ein paar jahre machen können rein von der konstitution her dabei gewesen definitiv gebe zuschauer und ein einsames häschen braucht ein zweites ohr spenden sie jetzt donaten sie was das zeug hält die spenden nummer lautet 55 55 leck mich genau so geben sie ein zweites zu hause sie verbrannt wartet lass sie wartet das ist meine tante hallo kennen wir uns nicht nur nicht so aggressiv trägt die auch ganz schwarz sorry ein uhr hause der piano der spielt schon so lange mit uns hier der jahre und schweiz oder alexis das ist auch schon wollen wir da das war reingehen hat er recht da werden ja das ist diese was ja rein ja ich weiß habe ich schon gesehen ach so ne als da max danke ich gucke ich habe das hier vor mir liegen max ist von der haute jetzt hier hin max ich habe das hier so und auf dem tablet ja so ein uhr hause ein uhr hause winkt irgendwie auf der anderen seite haupteingang haupteingang alles rum gut hier ist noch ein gruseliger zwei stück zwei gruselige drei gruselige drei gruselige hier ja also doch ich hab's gott sei dank waren wir da jungs ich hätte es nicht allein wird es nicht alleine geschafft na ja das haben wir schon gedacht aber so stehen wir halt als von out legends zusammen keiner lässt den anderen einer derart schwierigen situativen im stich so jetzt nehmen wir uns an die hände und gehen rein auf geht's aber wollen sie daher soll die ganze klasse antreten die mutige voraus der fahrt die kommt hinterher wir lassen niemand entsteht und stellen uns direkt hinter der ranzige ranzige katze die panzer und wo die erstarken kugeln sich nicht treffen dann ich habe da kommt dazu kommt max das wird bekommen dass du bekommen keiner von uns bekommt hier was du bist der einzige der was bekommen hat hier toll max 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 ist der einzige der was bekommen hat hier toll max wenn man verbracht hat er gerade geburtstag hat also ich habe jetzt die süßigkeiten gegessen ist das war mag dann hat sie das erledigt gummi bonbons habe ich hier bekommen und ein bürger zylinder bauplan kultisten dolch hinzugefügt jawoll kaugummi dann haben wir hier noch so schöne das war es gut dann hast du es mal reingehen ich habe mal auf einmal gegessen was jetzt passiert gar nichts das war doch wohl bloß ein gag das war klar max 21 71 da ist das soll ja das bin ich ja was ist drin der rolle der rolle hallo robin schön dass du drin bist hast du ausgeschlafen cool der robin ist da freue ich mich und dann noch wir sind alle total normal uns geht es gut wir sind noch mal ja wir ziehen sie macht eine nummer und wartet bitte warten sie alter ich komme mir vor als würde ich bei mir ins rathaus jene ich werde das ist ja dann ja schick mal rüber also sticky ist los los ich weiß ich fange wieder mit dem thema aber das erinnert ich habe das lassen was ab dass den kirchen bohr in was das gucken das ding einfach mal an der alle machen dann geht es ja um er geht sogar nicht hier weil er ganz genau ich habe ja ja krönkorn und ja krönkorn und kräg 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 Die fehlt bloß auf Philipp, der steht vermisslich noch ein bisschen hier. Das stimmt. Ruhiger ankommen. Auf wen schießen wir an? Was hat das hier eben? Lügen! Hier steht hier, Lügen, Lügen! Los nochmal! Warte los, lassen Sie das mal synchron machen. Ob wir das hinkriegen hier? Erik, deine Maske sieht so... Was? Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Jetzt! Drei... 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 Eins... Oh, hier ist eine Kamera! Mhm! Jetzt fehlt nur noch eine Lederkantsch und Neo! Ich hab's mir gedacht, Marc! Ich hab's mir gedacht! Platz! Platz! Das würde zum sogenannten Couch-Casting ausarten! Oh! Oh! Mit oder ohne Creme! Na, kommt doch mal nur bei Netmar! Das stimmt! Sonst gibst du Spucke! Und wenn er ganz böse war gar nichts! Aber das tut! Du musst wehtun! Echt jetzt? Das Schatz! Das Schöne ist, da er grad nicht da ist, kann ich ihm sagen! Das kannst du! Er ist ja nicht da! Dann ist es erlaubt, wenn er nicht da ist, hat er ja gesagt! Ja! Das Neo! Das Neo! Du könntest mal wieder mitmachen! Das Neo! Ja! Ah! Was ist los? Nein! Weihnachtsbaum! Hey! Wir wechseln! Mit, mit, mit! Warte! Die Gulle! Die sind doch nicht alle schon weg, oder? Die Gulle? Nein! Hörst du doch! Na, die haben gehört, dass die Fallout Legends kommen, und dann haben sie die Backe voll gehabt! Das ist ja normal! Na, da eben! Was ist hier los? Ich bin schon lange nicht mehr durchgezört, ich gehe durch die Räume, Junge, Junge, Junge! Ja! Hörst du ein bisschen schön dahinten geholt? Warte, jetzt schon unten im Teller? Nein! Ist da was los? Ja! Wir sind ja auf dem Dachboden, Tomsi! Warte, wart ihr schon unten im Teller? Nicht! Nicht! Na dann! Aber, wir können drunter! Wir können aber drunter! Überwegs! Wir können mal drunter! Ah, hier! Guck mal! 1, 2, 3, 8, 10! Alter! Alter! Ich hau dich gleich! Mich? Ja, ja! Ja, ja! Ach, ja, cool! 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 Da war noch weiter gut! Da unten im Keller! Oh, mach cool! Ach, im Keller! Da sollte ich mich die Treppe nach oben nehmen! Im Keller, da wo die Gasohren sind! Die ganze auf Null machen! Out of order! Mir doch egal! Das geht, nee, das ist kaputt! Hier ist die Kantine! Es hat sich ausgegult! Es ist ja keiner Cola! Guck mal drunter! Oh, Nucca Cola! Nimm! Leckeres Wundefutter! Leckeres Wundefutter! Einmal habe ich das geschafft! Diesen Automaten, weil ich das nie gebeamt habe! Ja, weil ich nie auf Glück gemacht habe! Was für Automaten? Na, diesen Kuchenautomaten! Minio! Das Ding! Gut, hier ist, glaube ich, nichts mehr zu holen! Ja, äh... Das ist gewesen! Ich sag mal, fröhliche Weihnachten! Happy! Erik! Es ist T-Terror! Erik! Ja, da können wir auch mal probieren! Dann gehen wir zu T-Terror und mal ein bisschen Terror machen! Mit den Fallout Legends! Lass uns T-Terror machen, liebe Freunde! Aber, bevor wir T-Terror machen, fürs Let's Play, Leute! Tut mir leid! Wir sehen uns bald wieder! Bis zum nächsten Mal! Bleibt dran! Bis nächste Woche! Ciao! 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 Tschüss! Hahaha!